Liebe Damen und Herren, Freunde, die zwar nie getroffen haben, aber die unser Leben veränderten und in unserem Herzen wohnen. Als ich in Milutins Alter war, hatte ich viele Wünsche. Milutin hat nur einen Wunsch, selbstständig gehen zu können. Sie haben uns das Fenster zum Himmel geöffnet. Der Humanitärfond dankt ihr und sie, herzige Menschen, danke für finanzielle Unterstützung von Milutins Heilung. Sie sind in unseren Gebeten. TerraSuite-Therapien sind für Milutins sehr heilend. Er sieht besser und kann besser bewegen. Ihre Herzensgüter ist Milutins Freiheit. Ich bedanke mich bei Ihnen und danke. Danke dir. Dank dir wird vieles leichter.